Soll ich zu? Ah, ja, 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 warte mal, wo ist er? Da oben ist er. Oh, das ist jetzt vollgelaufen. Es läuft eh nur auf einer Seite ab. Südlich ist nicht angeschlossen, das ist ja Gas. Ich will das hier am liebsten alles nochmal abreißen, ich schwöre. Stimmt, da ist gar kein Anschluss gewesen. Das kann so nicht funktionieren. So, was kostet die Welt? Tanks noch zuverlässt? Ah, ja, 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 ja. Habe ich Tanks noch zufällig? Ne, können die mal leer gehen jetzt? Ähm, ne, weil nicht mehr angeschlossen. Moment, ich will die mal kurz. Mir gefällt das alles nicht. Ich mach die jetzt mal kurz leer. Ich will das jetzt anders. Ich baue das jetzt ganz anders. Hier ist einfach kein Strom. Das ist jetzt gerade aber auch voll egal. Das macht so alles gar keinen Sinn. Das wird ewig dauern, bis das leer geht. Habe ich Stahl auf der Hand? Ach, super. Haben wir irgendwo Stahl in der Nähe? Wahrscheinlich nicht. So, Kohle müssen wir auch auf jeden Fall mehr abbauen. Beziehungsweise das da unten mal anschließen. Das ist noch nicht mal angeschlossen hier. So, sollte schon was besser sein. Da können wir auf jeden Fall noch welche dazu tun. Wenn ich einen vollen Tank abreiße, ist der trotzdem leer dann? Ja, ne? Scheiß auf die paar Millionen. paar Millionen. Aha, aha. So. Wo ist der Rotz jetzt? Das war gelb in... Das hier war das, ne? So, wo ist Eingang, wo ist Ausgang? So rum. Das war gelb in... links, gelb in schwarz. Sag mal. Das hier gefällt mir nicht. Wo bist du? So gelb in das. So, das heißt, ich möchte das jetzt gerne. Einmal hier haben. Und einmal so haben. So, jetzt haben wir hier irgendwo Tanks. Hier haben wir Tanks. Wir kommen jetzt hier hin. Wir kommen kurz. So, jetzt möchte ich das nämlich hier. Cool, genau einversetzt. So, jetzt kann der das da rein produzieren. Jetzt brauchen wir hier noch Strom, damit das nicht so blinkt, weil das stört mich gerade. So, jetzt brauchen wir hier Wasser. Hier geht das raus. So, hier geht das raus. So, und dann gehen wir einfach hier in den Tank rein. Das müsste doch so wesentlich besser funktionieren. So, hier ist Wasser. Das machen wir mal kurz weg. Weil wir Wasser lieber hier haben wollen. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. So, jetzt müssen wir Wasser hier haben. Wasser ist da. So, jetzt brauchen wir noch das Gelbe. Das kriegen wir jetzt aber auch hier hin. Wo ist Gelb? Hier ist Gelb. So, jetzt geht's. ein Rohr zu klein dafür oder braucht das jetzt nur einen kleinen Moment bis die Produktion steht hier eine Pumpe rein Pumpe, Pumpe kann man natürlich nicht bauen aber können wir uns gleich holen gehen weil das hier in dem Rohr quasi staut und der der das nicht schafft zu saugen dann könnte ich hier theoretisch auch eine Pumpe zum rausschieben machen oder? macht das Sinn? ich geb mal gerade hier Strom drauf ok, zwei Pumpe brauchen wir was sind die denn? ach, meine Lieblingsmotoreinheit haben wir doch hier da, da sind Motoreinheiten haben wir doch hier liegen ne, das waren Rohre kann ich jetzt bauen? der war doch schön er war doch richtig schön da bauen wir noch zwei Pumpen da rein und dann ah, guck mal jetzt kommt hier aber auch genug an aber wenn das lohnt aber das liegt nur daran weil hier oben nicht mehr produziert wird roh im Weg so perfekt ihr seid die besten ich sehe hier ist kein Strom warum ist hier kein Strom? hopp jetzt ist Strom da so dann kann der nämlich jetzt hier nochmal 1k umwandeln in gelb ok davon haben wir genug das heißt wir können demnächst auch noch hier noch ein bisschen mehr davon bauen aber erstmal haben wir das jetzt alles ihr seid eigentlich die Besten das würde ich nur ohne euch machen so hier stört mich dass das die ganze Zeit blinkt möchte ich nicht danke so ist noch nicht mal angeschlossen sehr gut so was blinkt hier ach der will diese komischen Dinge haben keine Ahnung wo die hin sind die waren da ja vorher drin die müssen ja noch irgendwo sein so wie sieht's oben aus aha 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 kann ich jetzt eigentlich von hier einfach so machen ja ne oder müsste nur welche im System sein wie ne die hab ich noch nicht gebaut ne warte ganz kurz ich komm sofort ich guck sofort ähm nein das war ja auch die falsche ich wollte nicht die bauen die hier will ich bauen aktive Anbieterkiste wo waren hier die Kisten ziehen wir das nämlich langsam nach unten ähm ja Lagertanks baue ich normalerweise auch noch viel 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 mehr ähm das soll ja jetzt nur so Grund dass die Grundversorgung erstmal steht und das soll hoffentlich alles erweiterbar sein ne ich will das ja alles noch noch viel größer bauen weil das hier kann ich ja theoretisch nach da stapeln oder nach unten je nachdem wo ich hin will hiermit kann ich einfach nach unten gehen ohne Ende beziehungsweise auch einfach spiegeln das hier kann ich komplett spiegeln nach oben und das hier kann ich theoretisch hier nochmal neu bauen so und du meintest eben diese Anschlüsse hier ne können das sein die sollten wenn alles gut läuft hier oben in den Tank in den Tank gehen also die gehen nach oben in den Tank und die gehen hier in den gelben und hier rein und von den Tanks hier wollte ich auf jeden Fall auch noch viel viel mehr bauen und hier von dem Schweröl eben und irgendwann werden diese Ölfilter leer sein ich meine ich hab noch zwei andere aber die müssen ja dann auch erstmal noch angeschlossen werden und alles aber das wird auf jeden Fall noch dauern so und jetzt würde ich fast behaupten bauen wir als nächstes mal die gelben und danach die lilanen dafür müsste ich theoretisch noch ich hoffe es zumindest ne Blaupause haben bitte hab ich die echt gelöscht die Blaupause von den gelben echt gelöscht die Blaupause von den gelben echt gelöscht da war's das das sieht mir nach gelb aus was für ein Schwein oh was für ein Schwein aber dafür brauchen wir auch das grüne Öl das gelbe läuft einmal im Kreis von der Schwerölwandlung in die Tanks im Kreis läuft das wirklich im Kreis ich hoffe nicht ah ok die kümmern sich jetzt um den Abtransport ah ne die holen gerade nur die Bänder da benötigte Materialien um mal Bautzahlen wir müssen das auch einfach nur alles ranholen warte mal kurz das gelbe läuft einmal im Kreis ja es kommt einmal von der Seite hier da rein ne von der Raffinerie und hier wird ja das Rote umgewandelt und das geht hier oben rum da rein keine Ahnung wo ich oben rum gegangen bin weiß nicht vielleicht weil ich das irgendwann kopieren wollte und hier noch so erweitere ich aber es ist echt ne merkwürdige Sache Schweröl ist das hier dieses hier davon müssten wir aber auch ne Blaupause haben meine ich nö hab ich nicht gemacht dann kann das nicht gut gewesen sein weil ich da gebaut hab warte mal warum warum hat der hier das gelbe nicht gespeichert das hier kann ich löschen das hier kann ich löschen ich muss mal gerade kurz ein bisschen aufräumen hier das ist mir alles ein bisschen zu sehr durcheinander Granaten brauchen wir auch nicht mehr das brauchen wir später auf jeden Fall noch das haben wir schon gebaut so das lassen wir behalten wir mal kurz das hier kann auch weg viel zu viel scheiß angesammelt cool man kann die auch benennen dann steht da dein Name dazu hey sollte ich vielleicht mal den Namen geben so Batterien müssen wir später noch bauen Plastik haben wir schon gebaut das ist davon ja ok die Schmiede haben wir unten in groß die kann man mal behalten das hier brauchen wir auch nicht mehr dann hauen wir das mal kurz da rein Schweröl Schweröl und grün raus deswegen habe ich da auch deswegen habe ich da auch keine Blaupause für gemacht normalerweise wenn man das wenn man das strukturiert baut mit dem Öl dann geht das eigentlich habe ich ich hatte da früher so einen guten Grundplan wie ich das baue aber aktuell ich weiß es echt nicht mehr es ist so lange her aktuell ist einfach nur so ey ich baue einfach mal hier genauso wie ich das jetzt einfach hier so bauen würde gucken wir mal ob das schief geht oder nicht ich weiß es auch nicht mehr so 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 Haben wir noch einen Tank zufällig? Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ein Tank wäre noch ganz cool. Könnten wir mal gucken, ob wir einen anfordern können, weil theoretisch müssten die oben welche abgebaut haben. Und das Logistiknetz müsste hier in die Richtung auch noch erweitert werden. Das wäre auch noch eine coole Sache. Aktuell hängen wir... Hier, ja, das ist gar nicht so weit. Das wäre ganz cool. Und dann das hier mal da anschließen. Ja, richtig. Ich lade auch nie Laub aus dem Internet runter. Das mag ich echt nicht. Ich mag das irgendwie lieber, meine eigenen zu bauen. Ich meine, das eine oder andere hat man vielleicht mal irgendwo gesehen und denkt sich, ey, baue ich das auch mal so. Aber größtenteils... Ich weiß auch, dass man das hier bestimmt auch noch effizienter bauen kann. Oder anders. Aber irgendwie ist das mein Ding. Genauso wie das oder dieses blaue Ding. Ich weiß auch nicht warum. So, wir brauchen auf jeden Fall Knickrohre. Und da brauchen wir auf jeden Fall mehr als 100. Ich weiß nicht, ob 200 reichen werden. Mal eins dafür, für Fliesbänder. Die sind auch immer ekelig. Torgas, auf jeden Fall Let's Fetz, ey. Mach sie alle fertig. Also wir brauchen die grüne Flüssigkeit. Dafür wollte ich einen Tank organisieren. Haben wir sowas hier im Netz oder... Kommt irgendwas angeflogen? Was kommt denn da alles angeflogen? Rohre kommen auf jeden Fall schon mal ohne Ende. Ich könnte mir auch einfach hier ein bisschen Stahl grämmen. Und mir mal kurz einen Tank selber machen. Eisenplatten. Zweiter Tank wäre schon cool. Fühle ich genau 19. Eine zu wenig. Warum sammeln? Ach das. Ist gar kein Eisen. Einfach Steine aufgesammelt. Geil. Oh, nicht schlecht. Stein ist das neue Eisen. Hey ho Lord. Hoff es geht dir gut. Ja, Balancer, Balancer sind echt immer eklig. So, Tank. Wir wollten einen Tank hier unten hinsetzen. Ich glaube, da mache ich erstmal zwei Stück von. So, kann der schon mal das produzieren. Und jetzt müssen wir das als nächstes irgendwie in unser Netz bringen. Ist auch schon eine Idee. Was machen wir denn hier die? Die brauchen wir. Balm. Balm. Bauen wir das hier alles so durch. Bauen wir das hier alles so durch. Top. So, aber nicht ganz so hoch, weil ich hier lang gehe. Ernsthaft? Ernsthaft. So, meint er wirklich ernst. Und jetzt hier ein Roboter-Board hier abgerissen. Sehr schön. Sehr schön. Genauso sollte das auch sein. Boah, jetzt nervt's. Jetzt, jetzt nervt's. Mal wieder. Ah, hier sind noch Rohre. Die kann auch weg. Was? Die importieren. Was ist das hier eigentlich für eine geile Konstruktion? Das reicht noch gar nicht. Wir müssen sogar noch weiter nach oben. Ach, schieß mich doch, du Gott, ey. Wenn sie mich am Auen stecken, jetzt mach ich das hier so. So, hab ich die Rohre da mindestens schon mal gebaut. Wo fliegen die eigentlich alle hin? Ach, die wollen zu mir. So, jetzt haben wir grün auch hier. Und das ist doch schon mal, das ist doch schon mal von Vorteil. Jetzt müssen wir mal gerade kurz überlegen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach die Blaupause. Und den gelben. Und zimmern die hier hin. Und ignorieren einfach. Ignorieren einfach, dass das auf dem Feld steht. Gucken wir mal nach irgendwo die Zeuer. Hm. Falsche Taste, oder? Mega gut. Jetzt ist hier ja ernsthaft dieses Rohr im Weg, ne? Wo ist sie jetzt? Dieses blöde Rohr. So, das hier können wir noch ein bisschen weg machen. Jetzt brauchen wir mal gerade diesen Upgrade-Plan hier. Nicht, dass hier noch irgendwas schmutzalt ist. Lassen wir die mal ganz kurz bauen hier. Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist... Oh doch, hier hat er sie jetzt reingetan. Hat er die hier unten auch reingetan? Da, 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 sieht gut aus. Nee, doch. Doch, sieht gut aus. Das heißt, der hat die jetzt endlich von oben runter geholt, ne? So. Jetzt müssen wir gleich erstmal gucken, was hier wo gebaut wird, äh, gebraucht wird, ne? Ich hab nämlich keine Ahnung, ne? Wir brauchen hier 20 Kupferplatten. Das heißt, hier war auf jeden Fall Kupferplatten. Aber hundertprozentig. Jetzt fängt er wieder an, hier die Kacke aufzubauen. Der Strommasse ist auch so Schrott. So, jetzt lädt er auf, top. Ähm, ja. Müssen doch langsamer da oben fertig werden, oder? Also. Ah, cool! Und jetzt fängt er aus.